Dieter Bohlen, 69, und Carina Walz passen zusammen wie die Faust aufs Auge. Seit mittlerweile 17 Jahren ist der Pop-Titan schon an seine Carina vergeben. Mit ihr hat der einstige Modern-Talking-Sänger sogar zwei gemeinsame Kinder. Im Gegensatz zu seinen früheren Beziehungen mit Nadja Abedl-Farag, 58, oder Verona Poth, 55, heiratete er seine Liebste nie. Dafür macht er ihr anderweitig ein Liebesgeständnis. Dieter hat seine Carina in 17 Jahren nicht einmal betrogen. Anlässlich der letzten Sendung von Wetten, das sprechen die Stars mit Bild über Geheimnisse, von denen bislang noch nichts bekannt ist. Der 69-Jährige überrascht. Wetten, dass sie noch nicht wussten, dass ich seit 17 Jahren nicht fremdgegangen bin und ich die meiste meiner Zeit an der Börse verbringe? Damit dürfte der DSDS-Juror wohl einigen Kritikern den Wind aus den Segeln genommen haben. Denn, Dieter war seiner Carina nämlich immer treu. Nach so vielen gemeinsamen Jahren ist das Paar noch immer nicht verheiratet. Im RTL-Interview ließ sich der sechsfache Vater ein bisschen in die Karten schauen. Das kommt vielleicht auch irgendwann. Dieter scheint einer Hochzeit also nicht ganz abgeneigt zu sein. Dennoch betonte er, dass er darin keine Notwendigkeit sehe. Sachen, die im Gleichgewicht sind und völlig funktionieren. Warum muss man da denn irgendwas dran ändern? Auch Carina habe sich nie wirklich nach einer Trauung gesehnt. Vielen Dank. ledner Untertitelung des ZDF, 2020